Willkommen zur Tübinger Telefonandacht. Ich freue mich und bin fröhlich in dir und lobe deinen Namen, du Allerhöchster. So heißt die heutige Tageslosung der Herrenhuter Brüdergemeinde aus dem Psalm 9. Freuen und fröhlich sein, das ist etwas Schönes. Es gibt Menschen, die scheinbar immer zu gut gelaunt sind, denen kaum mal etwas in die Quere kommt. Und dann gibt es andere, die ein schwereres Gemüt haben und nicht so schnell fröhlich sein können. Zu welcher Sorte der Beter des 9. Psalms gehört hat, kann ich nicht sagen. Aber es fällt mir auf, dass in vielen Psalmen von frohem Lob und Dank die Rede ist. Warum? Das hat etwas mit dem Namen Gottes zu tun. Und das heißt übersetzt so viel wie Wer auf diese Begleitung zählen kann, der hat allen Grund, froh und fröhlich zu sein. Ich wünsche Ihnen, dass auch Sie Fröhlichkeit finden in der Gewissheit, dass Gottes Name Programm ist und Sie nicht verlassen sind, egal an welchem Punkt Ihres Lebens Sie sich gerade befinden. Charlotte Sander, Bodelshausen Gott, Bodelshausen Untertitelung des ZDF, 2020